hey leute willkommen zurück bei mir auf dem channel und wir machen ein event das ich so noch niemals gemacht habe und es ist lucky number sieht so aus dass man für jede gekauften 1000 games einen versuch bekommt und wäre es nicht gerade so extrem besetzt so dass man für egal was man tut 20 sekunden warten muss können wir schon anfangen aber man bekommt eine nummer oder einen versuch für eine nummer so ähnlich wie beim bingo wird gezogen wenn mich nicht alles täuscht und dann kann man was bekommen ok und ich habe 218 chancen und dann würde ich mal behaupten sie eine nummer und hätte gerne first prize die arktika karte aber aufgrund dessen dass es gerade ja in der usa eine beschissene zeit ist so dass alles online ist und ja keine ahnung 300.000 300.000 wäre schön nein ist es aber nicht es ist 3000 gewesen und allein durch diese wartezeit tut es wirklich weh also so 50 merits yes no problem it's ok aber es dauert wirklich so extrem lange da diese drei vier fünf sechs sieben acht zahlen zu wollen das ist 300 tonner yes ich brauche 300 tonner tatsächlich brauche diese nicht aber ich habe noch 200 chancen die wir behaupten das dauert 100 merits yes i don't need it but i have it ich brauche 80 k noch fünf mal also diese müssen wir sagen diese gewinne bei diesem event sind echt unter aller sau wenn es ein zusätzliches event ist ist es okay gar keine frage gar keine frage aber für also als hauptevent kein thema also vierter preis vierter preis honor fünfter preis charts dritter preis merits und erster preis oder da ober 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 gewinn live train also den zentzug das ja gut für ein zusätzliches event wenn man es nicht braucht ja super richtig cool richtig geil gar kein thema aber sonst an und für sich richtig mies und dass ich da jetzt sicher nicht 999999 umstehen krieg ist sowieso klar aber dass es viermal rollen über vier minuten dauert das sagt mir der zweite bildschirm das hat das ist wirklich hart wenn man es jetzt an hochrechnen würde dann dauert dieser scheiße event über zwei stunden also keep cool no stress das live zum glück haben wir bier noch kult prost das das ist wirklich schade dass dieses event also es liegt ja nicht nur mit dem event zusammen sondern es liegt einfach nur zusammen dass da server total ausgelastet ist so lange dauert so extrem viel zeit in anspruch nimmt einfach scheiße und ich krieg keine hohe zahl das ist es ist jetzt nicht so als ob dieses event jetzt so was von dermaßen wichtig wäre für mich aber es ist einfach so dass es so lange dauert und dieses ewig lang dauern wo ich doch so gern 123 artikel kz wäre richtig geil aber es dauert ewig sorry number generator ja verstehe ist als recht plausibel aber ich verstehe wirklich nicht warum ich da jetzt zwei stunden nur bei dem event drauf hängt das und es läuft genau auf das jetzt raus einmal klicken dauert 30 sekunden aber sowas von und schaut da sonst so richtig sowas von ja ich habe so viele versuche für arktiker es dauert ja eh wix und ich habe erst 17 mal gerollt kann man bitte wirklich schneller ja umso öfter mir da unten die die regeln durch ließ und so nervöser wäre ich ich kann da nicht wirklich 200 minuten warten bis mir 200 preis aufgebraucht sind da kriegt amok und herpes nehmen ja okay gibt es noch anderes event ja das ist genau das event was ich gerade habe ich versuche gerade neu zu takten vielleicht passiert irgendetwas aber ich habe jetzt gerade zehn minuten für 17 preis gebraucht und das nervt mir so was von selber ok krebs allein jetzt das dauert okay don't be a dick komm bitte einfach nur weiter tun am liebsten ganz schnell da weil sie alle ihre 200 reis verbrauch und ja will ich 200 nummer er ist geil rest ist mir egal da sind prozentige es liegt daran dass so viele leute online sind also ich glaube dieses event ok den effekt wollte granit haben aber danke das wollte granit ich schwöre das wollte granit ich nehme einfach alles weil ich so einen haufen schlüssel habe ich wollte das andere event annehmen schau dir das an was mir lucky flipping gebracht hat richtig viel goldene schlüssel man wollte jetzt das andere event und du versuchst noch mal jetzt dieses eine scheiß event noch mal zu machen wo ist es lucky namas come on i hope it's faster i hope it's good jetzt dauert das event 14 minuten und es ist nichts passiert sonst muss ich dieses event zusammenschneiden aber es schaut nicht so aus als ob das schneller funktionieren würde also siegte um die sekunden die sich um die minuten theoretisch noch vier stunden zeit aber wenn jetzt da die 200 reis durch klick sind die 400 reis weg die vier stunden sind sie dann theoretisch total weg ja ich mach jetzt da eine pause und warte bis nicht mehr so viel leute online sind aber ich schneide dieses event theoretisch mache ich nicht geht das was nicht geht das was